Willkommen zurück, Leute, zu einer nächsten Folge SOMA. Es könnte sogar das Finale sein, das wird euch vermutlich jetzt schon der Titel verraten. Ähm, wenn nicht, dann ist es vermutlich die volle zur Folge. Wir sind in, äh, was hat er eben gesagt? Pai-Pai und, ja, müssen wir uns erstmal die Catherine hier verbinden. Chris, was ist mit deinem Arm? Es ist kompliziert. Ich muss nur wissen, was ich weiß. Ich habe beide meine Arme in der Arm, richtig? Ja, natürlich. Nice. Sind Sie okay, aber? Können Sie was tun? Ja, wir müssen das einfach mal machen. Hast du den Arm? Ich habe es, aber ich habe es irgendwie verloren, hier auf einer automatischen Tram-Thinge, um zu Fai. Also es sollte irgendwo sein, irgendwo. Das ist großartig. Lass es gehen, wir haben es. Let's go get it. Oh nö. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, wenn alles dann läuft. Wow, das Bild, also ihr seht genauso beschissen gerade wie ich. All right, Fai ist auf und runter. Ich hoffe mal, können wir das vielleicht auch nicht lesen. Standortkarte. Wir sind hier. Und da ist scheinbar die gute... Ah, da ist auch direkt der Launch-Dome. Okay, cool. Das heißt, wir sind auch direkt kurz vorm Ziel. Oh, weh, kein Problem. Um. Bumm. Geil. Animation. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before aggression. Reaching space. The satellite will shed the shell and unfold. Ah. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Tunneltransport Oh, das Bild ist gerade richtig, richtig anstrengend Okay, dann gucken wir mal weiter So, und hier Diesen, äh, so Hast du herausgefunden, was mit dem ARK-Team passiert? Nicht wirklich, für einen Grund haben sie nicht mit dem Launch, also haben sie den ARK zurückgezogen zu Tau Ich hoffe, dass alles okay ist mit dem Spacegun Ja, ich glaube, dass ich einen von diesen zu reparieren werde Okay, dann gehen wir mal hier hin Ach, da ist der Launch-Sturm, da wollen wir eigentlich noch nicht hin, wir wollen ja erst mal Das bringt uns noch gar nichts Wir wollen erst mal die Fracht in den Tunnel befördern, deshalb müssen wir hier in dem Bereich Ich will jetzt unbedingt Leben finden Das ist kein Zustand gerade Das fühlt sich als der längste Tag in meiner Leben Hat es nur einen Tag gewesen? Ich habe keine Ahnung Ja, unsere Zeit zusammen ist ein wunderschöneres Stück von Moments Der Arm Welche Zeit ist es dann? Welcher Tag? Es ist May 11.21.4 Uhr 3.30 Uhr Aber ich erinnere mich, wo wir angefangen haben Aber ich erinnere mich, wo wir angefangen haben Ich will jetzt auf jeden Fall Bevor wir uns da irgendwas mit der Arche machen Okay Okay Ich erinnere mich in meinem Bett heute Ich erinnere mich in meinem Bett heute Es ist nur ein hundert Jahre vor Wer bin ich? Wer bin ich? Du bist Simon Mann Gib mir das Leben Oh Gott sei Dank So Damit können wir das auch aufmachen Jetzt mal die Also hier ist irgendwo Ich erinnere mich, wo ich bin Okay Vielleicht war auch der Typ, der dann gefrisse wurde, das Böse Wer weiß das schon Also irgendwie kann ich Was machen wir, wenn du in die Arche getreten Was ist das erste Hier kommt doch irgendwas rein Ich weiß es Kann ich das Ding nicht rausziehen Gut, hier ist ja eh die Arche drin Das weiß ich schon mal So fährt die einfach jetzt weiter Ah, da ist er Hey Gut, ich habe den Arche gefunden Gut, Simon Jetzt müssen wir nur den Assemblies Platz finden, damit wir den Arche in den Schaden Kann ich das wieder rausnehmen? Äh, wenn es zu ist, bestimmt, oder? Muss hier eigentlich funktionieren Kann nichts tun Okay Dann nicht Soll mir recht sein Plum Plums 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 Dann Ah Komm Hab ich da nicht gerade was gehört? Ne Ich habe einfach nichts gehört Ich tue so Das ist zu einfach gerade Viel zu einfach Es ist zu wenig los Ich glaube dem Frieden nicht Ah, aus gutem Grund nicht Jetzt also einen erwischt Oh Das sieht nicht nach einem Vieh aus Ich denke, ich habe den Assemblies Platz gefunden Was sehen Sie? Es ist wie eine große, öffnete Schelle Eine Bühne, bereit, um zu laden Das ist großartig Alles vorbereitet für den Arche Auf Es Äh, definitiv Die ist schon länger tot Auf jeden Fall hat der Typ Der Typ hat das einfach aufgehört aus irgendeinem Grund Vermutlich von der Arche gesteuert Äh, von der Arche Von der Bau gesteuert Darabach Die Käsin stammt all die Kraft? Die Wahrheit ist nicht großartig Katharine, sage etwas Oh, Katrin It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not going to let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me. No. What the fuck did you do? It was an accident. Katrin, talk to me. Katrin! That's Katrin. Oh, God. Katrin. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Katrin? That's you, man. Don't worry, it's better this way. Gross. Is Katrin just... Ah, I have to take it back. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought I might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Die Arme. How could they kill me? Katrin. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on. Don't do this to yourself. You think we'll make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky. We just gave humanity a new chance. A whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space. We have thousands of years. Still. One hell of a gamble though. This was never about certainty. It's about hope. The question is, can we actually do something to do with the human race? Can we do something to do with the human race? So. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then... Kaboom! Are you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean... It's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Where are you going to talk about some of the items when There are some drains and conflicts of the Dolphin Road. So, you can use the ORP Ah, da ist das Raketen-Ding. Sind wir wirklich jetzt am Ziel? Huh? Das war schon der Sitz? Nein. Ich werde nie mehr an das verwendet werden. Ich glaube, du musst es nicht mehr an. Nicht, nachdem das vorbei ist. Genau. Habe ein Seat. So, setz dich mal hin. Mr. Simon, wir möchten über ihr Leben reden. Wichtig? So gut, wie es wird. Okay, ich aktiviere das Seat. Du solltest die Maschinen nutzen, um die Bühne zu laden, die du hast. Ah, okay. Oh, ein Spiel. Noch ein Spiel, los. Wie solltest du das Ding operieren? Ich weiß nicht, ich habe das nie versucht. Aber Pilotseats sind sehr schwer zu benutzen, also ich kann es nicht mehr machen. Okay. Äh, was? Achso, okay, okay. Lüüüüüüüüüd. Das war alles, okay, da ist er wirklich bedienungsfreundlich, keine Frage, oh, scheiße. Okay, ready when you are, just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. I think the button and we're off. Wait, the button and we're off. Me, die verarscht mich jetzt. Time, 20 Sekunden. What's the matter with the upload? Just give it a shot. I thought you guys were going to have better bandwidth in the future. Oh Gott. Ah, sie schaffen nur Catherine. Simon! Es wird nichts. Oh Simon, wir kommen nicht mit auf die Arche. Ich fass es nicht. Jetzt ist ein Simon auf der Rakete. Tja Simon, aber wir sind noch hier unten. Ich bin noch hier unten. Ich bin noch hier unten. Scheiße. Catherine? Catherine? Ich bin hier. Was ist denn da passiert? Was ist falsch? Nichts. Sie sind da draußen. Ich bin auf der Straße. Wir sind hier. Nein. Wir sind auf der Ark, ich habe gesehen. Es hat sich geschlossen, bevor es eröffnet wurde. Ja, ich habe gesehen. Dann warum sind wir noch hier? Simon, ich kann nicht sagen, wie es funktioniert. Wir sind kopiert worden. Du wirst wissen, warum wir hier sind. Du warst kopiert auf die Ark, du hast einfach nicht übergebracht. Du hast den Kointoss verloren. Wir haben beide gemacht. Just wie Simon und Omacron. Just wie der Mann, der in Toronto 100 Jahre vorhin stirbt. Bullshit. Wir kamen all diesen Weg. Wir haben die Ark. Ich weiß, es ist nicht. Aber unsere Kopien sind da oben. Catherine und Simon sind beide sicher auf der Ark. Scheiße. Ich weiß, es ist nicht die Schmerz. Wir werden uns hier sterben, mit uns. Wir leben hier vor einem Spaschiff. Es sind nicht wir. Es sind nicht wir. Ich bin sorry, dass du das fühlst. Ich bin stolz, von dem wir uns getan haben. Ich bin stolz, von dem wir uns getan haben. Wir haben sicher, dass etwas der Hunderten und tausende Jahre die in der Humanität überwacht, dass etwas noch nicht weitergeht. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass du, Catherine, du bist. Ich glaube, ich glaube, ich glaube dich, ich glaube. Du bist. Du sagst, wir haben dich. We are on the ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You fucking ark! Jetzt bist du alleine, Simon. Ach, das ist das Ende! Ernsthaft? Okay! Ähm... Wow! Also ich muss sagen, das war mal ein richtig geiler Trip. Äh, ich hab trotzdem... Trotzdem muss ich sagen, ein bisschen, das Ende ist ein bisschen... Es sind noch viele Fragen offen, ne? Was war dieses Vieh da? Was hat's mit, äh... Mit diesem... Mit der Wow auf sich? Wie sieht die Erde von oben aus, wenn der Komete alles zerstört hat? Und, äh... Was wird aus Catherine und Simon? Die wurden... Scheiße! Okay? Ich muss sagen, trotz allem, sehr geiles Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ja, und... Ähm... Ihr schaltet wieder ein, wenn ich ein anderes Spiel spiele. Das war ja jetzt mal eine Reihe abseits von GW2. Das ist ja auch ganz normal auf dem Channel hier. Das soll ja nicht nur GW2 sein. Das war ja nur das Startspiel. Trotzdem Soma, richtig schön. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und... Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich lasse jetzt noch ein bisschen die Credits ablaufen. Vielleicht auch bis zum Ende. Schaut es euch an. Wenn nicht, dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut! Wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Traumhaft. Traumhaft. Die Frage, die wir davor hatten. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm. Unruhigt die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Nehmen Sie Ihre neue Existenz, weil das eine direkte Fortsetzung meines Vorherigen selbst. Ja, finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ja, genauso wie mein Vorheriges. Obwohl, das Vorherige war ein bisschen grauenhaft. Und den Tod akzeptieren? Nein. Das heißt, das ist das Ich, was vor dem, oder das, was mit dem Launch direkt drüber ist und nicht mehr erlebt hat, wie die Rakete einfach abgeflogen ist. Oh, das ist die geile Stadt. Mega gut. Hoffentlich verbrennt jetzt die Kapsel nicht beim Eintritt ins All und beim Verlassen von der Erde. Mega gut. Los, ich will drauf gucken. Oh. Katharine. Ich kann nicht glauben, dass wir das eigentlich gemacht haben. Ja, wir haben. Ich bin sehr entschuldigt. Es ist okay, Simon. Alles ist okay, jetzt. Krass. Also war das mit dem Komet wirklich die Wahrheit? Aber es sieht nicht alles zerstört aus, oder? Nur ein bisschen was. Das ist das eigentliche Ende. Sorry, dass ich mich eben schon abgemeldet habe. Ihr habt jetzt vermutlich gerade mit dem Video die Credits übersprungen, weil ich das als Anmerkung noch hingeschrieben habe. Geiles Ende. Das habe ich mir gewünscht. So etwas habe ich mir noch gewünscht. Sehr gut. Trotzdem sind einige Fragen nicht geklärt worden. Wenn das Ding jetzt in die Luft fliegt, raste ich aus. Dann hätte ich mir auch gleich alles sparen können. Nee. Da sind wir wirklich weg. Ja Leute, das war Soma. Also jetzt wirklich, glaube ich. Obwohl ganz sicher kann man sich nie... Ja, das ist das Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jungs und Mädels. Alte Herren, junge Herren. Alte Damen, junge Damen. Es war eine schöne Reise. Es ist ein schönes Spiel. Hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen.